Mein Name ist Rudi Moser, ich bin Geschäftsführer der Firma TimeMode in Klagenfurt am Wörthersee. Und wir vertreiben unsere Marken und Produkte in Österreich, Deutschland, Schweiz und in Italien. Das besondere Konzept an der Marke 724 ist, dass jedes Jahr ein Modell in acht bis zehn Ausführungen auf den Markt kommt. Das heißt, es ist eine limitierte Uhr, pro Jahr ein neues Modell. Die Limitierung von Modell 1 150 Stück, die Limitierung von Modell 2 255 Stück. Es handelt sich dabei um automatische Uhren mit einem mechanischen Werk. 724 Name, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Die Uhr ist immer in Bewegung. Entscheidend bei der Marke 724 ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Mechanische Uhren in der Preisklasse zwischen 200 und 350 Euro. Ausgestattet mit einem Seiko-Automatikwerk. Das Zifferblatt der Uhr mit einem georgierten Innenteil, mit einem dekorativen, färbigen, diesmal in rot gehaltenen Farbnuancen im Innenteil und dem Sekundenzeiger. Der Aufschrift Limited Edition auf dem roten Metallic-Kreis. Ein Superluminova Stunden- und Minutenzeiger, das heißt Nachtsichtbarkeit. Auf der anderen Seite, Gehäuse-Seite eingraviert, 724. An der Schließe eingraviert, 724. Auf der Bandrückseite eingraviert, der Markenname 724. Ein Seiko-Uhrwerk mit Rotor, Genfer Streifen. Die Bodendichtung farblich abgestimmt, diesmal in rot. Dazu passend zum Zifferblatt, zu den feinen Kreisen im Zifferblatt. Und die Limitierung der Uhr eingraviert am Boden des Uhrendeckels. Bei 724 gibt es eine Ergänzung, und zwar sind das die Armbänder für Männer. Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden, wir haben derzeit ungefähr 150 724 Kunden mit den Uhren, ist immer wieder die Nachfrage von Seiten der Kunden gekommen, können wir nicht irgendetwas Männliches machen für das Handgelenk? Und da haben wir uns entschlossen dazu, jetzt dann innerhalb des letzten halben Jahres ein Produkt zu entwickeln, das außergewöhnlich ist, das es so am Markt noch nicht gibt als Herrenarmband. Die Produkte werden alle in Italien gefertigt. Es ist feinstes Rindleder, kombiniert mit Stahladaptionen, passend für jedes Handgelenk aufgrund der Verstellbarkeit des Verschlusses. Alle Adaptionen hier sind in massivem Edelstahl gemacht. Das Armband wirkt dadurch robust, männlich, sportlich, passend zu den Uhren von 724. Und es ist einfach auf dencji, das auf die Verdammst rebelde. Und an auch die änderungen, die zerstörer sind. Und das ist auch ein Kran, der aus der ersten Kran Prozent der Kranke. Diealtreskranke werden auch in der Kranke. Wir sind ein Kran-Kranke und die Uhren von Kranke. Die Auslöme sch килograße auch nicht, dass das Kranke sind unter der Sitzente, die Silverkeit ist schlauert. Und wir sind ja auch nicht überlegen,